Ich muss das Geld machen. Oh, verdammt, noch mal jemanden loslassen. Durchsucht das Gebiet. Jemand hat das Fahrzeug geweckt. Ich bin am Ort des Thouan-Anschlags. Hier hat Ardian den Truck vom Finsbury-Anschlag hingebracht? Ja, wir wissen aber noch nicht, warum sie ihn hierher gebracht haben. Mal sehen, was ich rausfinde. Ach, das ist einhauses Mal. Geht's euch! Scheiße! Deaktiviert sie! Störung im Feld. Regene Untersuchung. Sierede sich vor. Das ist vorbei hier, ich gehe weiter. Oh! Was ist das? Alles sauber. Gehe weiter. Alles sauber. Aber ich schufe weiter. Ich bin sicher. Gehe weiter. Die Spur ist kalt. Formieren wir uns neu. Schwärmt aus und findet das Schwein. Drohner, Suche ausführen. Oh. Oh. Abgehauen. Wir gehen besser zu den anderen. Das ist der Truck, der beim Finsbury-Anschlag verwendet wurde. Ich habe ein Match für die Fahrzeugnummer und Nummernschild. Die Dashcam ist Schrott. Aber die Kameras vor Ort haben Ton aufgezeichnet. Sollten wir uns anhören. Oh, Scheiße. Der ist ziemlich verbrannt. Passiert bei einer Explosion. Fuck. Ich habe ihn immer bei der F&E gesehen. Kannst du ihn? Gott, nein. Aber selbst wenn, würde ich nicht darüber sprechen. Du verstehst? Ich erfasse mehrere Optics ohne verbundene Vitalzeichen in der Nähe. Dort sollten wir nach der Leiche des Fahrers suchen. Bin dran. Spürt sie auf. Drohne, Suche beginnend. Ich will weiter. 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 Drohne, durchfämme die Insektoren. Bereich gesichert. Ich suche weiter. Niemand zu sehen. Ich gehe da rüber. Okay, ich will hier nichts. Die vom Irrboden verschluckt. Weut haben dich wieder gemacht. Was? Nein. Ah! 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 Okay. Okay. Sie findet, dem speziere ich ein Bier. Der hier ist schon zu lange tot, um der Attentäter zu sein. Zufall ist das arme Schwein. Ja, dem Verwesungszustand nach würde ich sagen, diese Person ist tot seit... Oh, etwa dem Zeitpunkt des Torenanschlags. Damit wäre schon mal ein Rätsel gelöst. Oh! 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 Also, wie nutzen wir das, um die Drohnen zu infizieren? Albion hat einen wichtigen Kommunikationshub bei der Tower Bridge. Lad den Virus da hoch, dann kriegen alle Drohnen was ab. Dann mal los.